Was auch die Familie ist, ist ja klar. Das ist so weit wie wir gehen. Und es ist weit genug. Oh Gott. Hey da, bist du freundlich? Die Fahrzeuge sind aus Gas. Oh Gott. Scheiße. Was fand das? Wer ist sie denn? Scheiße. Ich sehe eine kleine Frau. Was ist das? Ich... Ich muss zu weinen. Ich würde da wieder gehen. Ich glaube, du würdest. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Sie haben Kinder, Lilly. Diese Dinge außerhalb nicht interessieren. Vielleicht sollten Sie dann gehen und zusammen mit ihnen. Sie haben etwas in Ordnung. Gott verdammt, Lilly. Sie müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Glenn einfach rausgekommen. Ich bin kein Flieger. Wir sind in einer Krieg-Zone. Sie ist die Leiter hier. Aber sie sieht aus, dass sie die Leute verlieren. Wenn Sie in meine Schuhe sind, Sie wären die... Holy shit. Sonne von einem B****. Eine von ihnen ist Bitten. Er war nicht Bitten. Er war nicht. Er war nicht. Er war nicht. Wir müssen das jetzt enden. Over mein totes Körper. Wir fangen in eine Schuhe. Nein! Ich habe ihn verletzt. Es ist gut. Er ist gut. Nein, die Leute verstehen? Wir haben das schon gesehen. Wir lassen jemanden mit einem B**** stehen. Und wir alle sind Bitten. Wir müssen ihn rausziehen. Oder schrauben ihn. Oder schrauben ihn. Kenny! Stop ihn! Hey! Was machen wir über diesen Mann? Dad. Es ist nur ein Mann. Der Mann. Es ist... Lilly, ich werde das machen. Aber dein Herz, Dad. Du musst dich entschuldigen. Es ist ihm oder dein Kind. Ich sage, es ist ihm. Gott sei Dank. Er ist auf seine B***e mit diesen Sachen. Jeder, schau mal die B***e. Niemand macht nichts. Schau mal, Lilly. Und du. Schau mal die B***e. Sie werden uns finden. Sie werden uns hier. Sie werden in uns hier. Und nichts von dieser B***e interessiert. Aber jetzt. Wir werden uns hier mit einer dieser B***e. Was? 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 Ich glaube nicht das Nerven. Ich glaube nicht. Wo? Sie werden. Was? P– Oder Krata? Du faszinierst haste Gel Benut. 었는데 Das war die Mutter. Dann, wenn sie tot ist, wird er wahrscheinlich auf deine kleine Mädchen. Sie wird schnell sein. Und dann wird es drei sein. Dann machen wir das, was du sagst. Wir spüren ihn und schützen die Gruppe. Wir? Was ist das, Mann? Welche andere Wahl ist da? Endlich! Jemand bekommt einen Sinn. Aber wir können nicht warten. Wir spüren ihn jetzt. Wir spüren ihn. Jesus! Oh mein Gott! Clematon! Geh weg von ihr, du Scheiße! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter! Mann! Auf jeden Fall! Auf jeden Fall! Haha! Alter! Guck! What the fuck? You okay? Nope. Just great, thanks. Uh, guys? Everybody down! Stay quiet! Wow! They're gonna get in! Shut up! Is that the military? I don't know. Machina villain. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and a itchy trigger finger! That was stupid! That was- Dad! Shut up! Ah! Ah! Oh. Oh. Hatsutaka. What's wrong with it? It's his heart. My pills? Um, nitroglycerin pills? Yes. We're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Uh, educated guess. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You're insane. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick. And I know Macon. Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, uh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't eat it? Oh, uh, yeah, she might, I suppose. Yeah, give it to her. I can take care of myself. Okay. Okay. We can't let anything happen to Dougie. I know, hon. Hey there. Hi. Okay. Can I, uh, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. We'll see about that. We'll sit tight. Okay. Have I, uh, got a little thing? Uh, come in there. There's a little energy bar? There's a little energy bar. Can I get this here? Here. Here. It's nothing but here you go. Thank you. Of course. Das ist wunderbar. So, was haben wir hier?